Wo hab... Wo hab ich eigentlich das Papier? Nope. Nope. Äh. Ja. Halt! Da ist es. So. Äh. Scheiße. Wie machen wir noch mal die Karte? Äh. Ach ja. Okay. Da. Kompass. Äh. Kar... Da. Alles klar. So. Ah ja. Ich muss ja erstmal vielleicht. So. So. Hallo Aufpasserschwein. Hallo Chef. Wie geht's dir? Oh mir geht's super. Das interessiert mich nicht. Oh ich bin angelogen. Warte... Wie angelogen. Du beißt auf dich auf, wenn du aufhörenst. Es tut mir leid. Ich hab damit... Ich... Es... Es tut mir leid. Moment. Moment. Ich mach das wieder gut. Was willst du denn machen, Chef? Was willst du denn machen, Chef? Das ist nicht wie nur gut zu machen. Ich hab das Schwein enttäuscht. So. Äh. Aufpasser Schwein. Ich hab das nicht wieder gut zu machen, Chef. Ich bin echt sauer auf dich. Ich hab' mich so gemacht. Sei' nicht böse auf mich. Okay? Hier. Ich hab' was bitte. Oh. Ist das eine Kartoffel? Oh. Die darfst du haben. Oh. Ich hab' nicht. Und hier. Die darfst du fressen. Oh. Moment. So. So. Dass die Äpfel kriegen. Und hier. Und hier. Dass du alles essen. So. Wieder gut. Ja. Okay. Wieder gut. Das nächste Mal. Aber bitte nicht wieder anlügen. Okay. Ich mach' mir echt schon, Chef. Ist versprochen. Ist versprochen. Okay. Dann, äh. Weitermachen. So. Okay. Jetzt. Genug Drama. Flop. Oh. Das war jetzt, äh. Doof. Gut. Aber ich will jetzt sowieso ein bisschen erweitern. So. Zack. Ja. Das soll erstmal genügen. So. Unser Aufpasserschwein haben wir also wieder glücklich gemacht. Hätte ich mir echt nicht verziehen. Ich mag das. Ich mag das. Ich liebe unser Aufpasserschwein. Biss boy. Jo. Äh. Ich lege erstmal wieder hier die ganzen Müll ab. So. Stop. Andesit. Ähm. Das. Oh. 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 So. Okay. Äh, ja, ja, gut. Ach, hier kommt den Bogenbruch jetzt erstmal überhaupt nicht. Weil ich habe auch keine Pfeile. So. Ach, ist das schön. So, was mache ich jetzt eigentlich? Hm. So. Och, Alter, von diesem Haus, ey, ne? Bin echt am überlegen, es wirklich komplett auch mal abzureißen und neu zu bauen. Oder ich verlege mein Haus einfach, äh, mein Zuhause wirklich da ins Lager, weil. Da verbringe ich eh die meiste Zeit. Hab da oben schön viel Platz zum Wohnen. Ja, okay. So. Äh, jetzt hier wieder. Oh, jetzt habe ich ja versehentlich Screenshots gemacht. Hm, hm. Entschuldigung. Ja, das wird hier auch nie wirklich viel. War ich hier eigentlich schon? Hier war ja noch dieser komische Schatz da. Aber, alter. Oh. Hier war ich noch nicht komplett gucken, oder? Also so erkunden. Alter. Äh, alter. Oh. Oh, in die Luft. flucht ist verschwindet die angeht wird sich dann vielleicht erst mal nicht gibt es hier auch noch was und wieder fast tot okay ich brauche definitiv irgendwie so atmung kann ich das denn nicht mit schildkröten frage für den freund und habe ich hier noch so gut gehe ich schon am zahnfleisch flucht verschwindens das macht ist es wenn ich irgendwas angel ist dann sofort weg der kopf ist komplex an zu dämmen schon bis hier kommen die besucher die karte einfach mal nix bringt war ja alles blau ist haben wir aber nicht mehr ich habe hier wieder schild denn ich irgendwo paar schildkröten alles aufgegessen aber ich habe ja mein lecker schild dankeschön euch beiden müssen auch noch binden dafür habe ich jetzt die namenschüller hier geht wo waren doch da eben ich glaube ich mach mal bevor ich die jetzt abschlauze ähm ich meine ähm auf fläuse untersuche möchte ich doch mal gucken ob ich sie nicht vielleicht eventuell vermehren lassen kann aber ich sehe jetzt ich sehe echt wirklich so die dieser hafenstadt sich schon hier stehen äh war das hier wird das genügen vermutlich mit nope so sticks und stones will break ze bones Aber erst du kannst es nicht schrauben. Hm, wie nenne ich euch denn? Da muss mir auch noch was schönes einfallen. Wo seid ihr? Ach, da seid ihr. So. Ähm. Gut, das ist jetzt doof, aber... So. Wey. So, ich meine, ihr habt Wasser. Und, äh, ihr habt... Ja. Sand. Ich muss halt noch ein bisschen abbuddeln. So. Und, äh, buh. Ein bisschen kritzt man ab. Ja, und ja, ja. Fackelt, fackelt. Ups. Fackelt ohne Ende. Verrückte ich lang gefackelt. So. Na wey, ihr sauft mir. Hm. Das wär's, äh, das wär's wirklich noch. Entschuldigung, die mir hier saufen. So. 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 Wie kann ich euch am besten... Pfff. Ja, züchten halt. Was fressen die denn? Das sushen hier vielleicht? Mal gucken. Fress ihr das? scheinbar nicht okay so wächst nach weizen der schwachsinn ja Das Lager steht einfach auf dieser dünnen Schicht Erde. Könnte man denken, es bricht irgendwie durch. Ach, Mann. Der gute Hubert. Okay. Hier könnten wir auch schon mal anfangen, diesen Eingang dazu zu bauen. Dass wir dann hier endlich diese Mauer ziehen können. Das machen wir einfach mal. Zack. Und welche Sachen beende ich dann auch schon mal wieder die Aufnahme. Ist ja schon wieder. So. Für meine Verhältnisse mehr als genug. Halt da. So. Okay. Bis hierhin sehen wir das Ganze. So. So. Ich mache bloß noch Steinzaun. Äh. Steinzaun. Diese Steinmauer. das hier alles weg ja klar macht das ja alles weg ja das wird ein weg mini bergwerk ich habe überlegen mache ich ja als ich obwohl eigentlich kann es ja egal sein oder so so zack zack diri 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 japp dann würde ich sagen machen wir so und so hier schön viel platz die Ups, das ist doch doof. Ah, ich hoffe, dass man das Klicken verdammt auch nicht so krass hört. Klick, 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 klick. Faltiges Miss-Clicking. Okay, ich will jetzt nichts sagen, aber es ist halb drei um morgens. Und bei uns ist das so ein Vollidiot, der die ganze Zeit mit seinem Moppe drum fährt. Hin, her, her, hin, her, her. Alter. Ohne Sinn und Verstand, der Junge, ey.